Die können einen Tipp gebrauchen. Ich muss vielleicht irgendwie die Rahmen hier abkriegen. Oder kann ich vielleicht oben im Feuer machen? So, warte mal. Dann habe ich bloß noch eine Idee. Das wäre nicht sinnvoll, ich denke. Hm. Was könnten wir noch tun? Vielleicht was mit der Maschine? Ich denke, ich habe genug gemacht. Ich denke, ich habe es... Tja. Möchte die Katze vielleicht spielen. Vielleicht mit einem magischen Hut hier? Die Katze ist alles geöffnet. Es sieht aus, dass das die Katze hier ist. Es gibt eine Sektion der Katze hier, die... Ich bin gerade überfragt. Gibt es hier nicht sowas wie einen Tipp? Speichermenü. Hm. Also eigentlich eher nicht. Okay. Wie kriegen wir das Rohr hier raus? Oder das Kissen weicher? Ben, hilf mir doch jetzt mal. Ich weiß doch nicht weiter. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Hi, Ben. Hallo, Anna. Ich hätte besser gehen lassen. Ich glaube nicht, Ben... Will er vielleicht ein Stück Stoff? Ich glaube nicht, Ben will... Hm. Ja, super, dass es gelb ist. Es wird aber nichts bringen. Hm. Kann man da vielleicht was rausschneiden? Hm. Ich werde es einfach als ein Tipp. Vielleicht das Kissen drauf? Ich werde es einfach als... Ich weiß nicht weiter. Ich bin gerade echt überfragt. Fenster. Das ist die Wünsche. Sie muss ja... Selbst wenn ich auf dem... Vielleicht sollte ich es versuchen. Was soll ich denn noch ausprobieren? Ein Briefbeschwerer rausschneißen? Das wird nicht funktionieren. Schade. Vielleicht dachte ich... Könnten wir die Hexe damit auslocken, aber... Hm. So, pass auf. Die sind doch auf die Hexenschule gegangen. Sehr hilfreich. Ich bin nicht sicher, ob... Ja. Curse you, Anna. Hm. Curse you, Anna. Ja, mittlerweile weiß ich's. Hi, again, Anna. I better give time for... All right, Anna. Komm, jetzt haut das Rohr da raus Doch Doch Ja So, aber den muffigen Schimmel möchtest du da auch nicht reinschmeißen Dann spülen wir doch Geschirr Ich weiß echt nicht, was wir jetzt noch machen sollen Das Käsen mit Wasser füllen Hm 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 Eventuell doch Ich weiß nicht, was da noch klappen soll So weit, so gut Und jetzt Tja Maybe I should I would be able to record the But I'm not sure why I would right now Maybe this What a sad looking thing All flat and lumpy The pipes are Open this door right now This doesn't seem Hm Ich weiß es echt nicht Vielleicht hier mit dem Fenster oder so Maybe I should No, this doesn't seem to work Maybe That wouldn't be I'm not sure I'll just leave It's not It's a skin Können wir da noch was rausschneiden aus dem Bett oder so I'm not sure what Ich muss doch irgendwie das dofe Kissen ausstopfen können Wow Echt jetzt Hm Ich möchte an das Regal Ich sollte nicht Ich sollte immer Ich denke, dass ich Respekt Ich weiß Well Although It also might Flood the bill Steck doch einfach die Hand rein No The sink Dann nimm doch den Löffel mit ner Schnur No It's too big to fit in the drain There's got to be another way to get this hair out That'd be unnecessarily messy Und was zu dick ist Dann passt auch kein Wachsmalstift rein Nope Kurs Hmm Es muss hier irgendwas sein Komm schon, verzauber das Kissen Ich hab aber nichts anderes Um das Kissen noch weicher zu machen Mach doch jetzt einfach das Rohr hier raus There's a second I could probably But That'd be I I don't think I need any more mold Thanks This seems to be here for the person chained up Why it's there though And what it's draining I do not want to know Whatever it is though It's left a lot of smelly mold on the inside of the drain Maybe I should try something else Was soll ich denn noch probieren Open this door right now Tja Ich weiß es nicht Ja, es sieht locker aus Hm Ich weiß es nicht Wie krieg ich denn das blöde Rohr da raus Sie fragt sich wozu sie diese Haare brauche Ich weiß es ist für das doofe Kissen Hm Ich bin mal wieder verzweifelt Ich bin aber Nein Nein Ich bin Ich bin Nein Ich bin Nein 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 Danke Mhm unsere Gäse Ich bin nicht am liebchen Aber jemand 다른 könnte Können Sie Wir haben aus Schimmel und Farbe Käse gemacht. Okay. Muss man auch erstmal drauf kommen. Hier sind wir, Herr Ratte. Ein bisschen, äh, leckeres, leckeres Käse. Bereit? Yay! Ich habe es endlich geschafft. Na dann, können wir ja jetzt hoffentlich das Bild aufmachen. Öffne das Tür jetzt. A safe? Wait, wo ist die Handel? Euringel? Are you there? Euringel, I thought you said the button was behind the painting. Well, yes, but the button is there, I swear. It's just... Well, it's inside the safe. No. It's simple, don't worry. I've watched Winfrieda open it a hundred times. Yeah. The large hole is for a diamond-shaped key she uses. She keeps it on the cat's collar for safekeeping. Oh, yes, you're right. And... uh... one other small thing. There's, um, two locks on the safe, you see. Uh, you just, uh, need, um, Winfrieda's voice. Euringel? How am I going to do that? You'll figure something out, Anna. I'm sure you will. Ah, all right. Thanks, Euringel. I'll go try and open this safe, I guess. All right, Anna. I'll be here if you need anything. Yeah, irgendwas, das ich in das Kissen stecken kann. Actually, if the safe does need her voice to open it, maybe a recording of it could work. So, uh, how's the weather out there? What? How dare you? You just wait, child, you'll regret this. Oh, you'll regret this. Yep, that should do it. Hmm, these two lights here must be for the two different locks. Once I figure this out, though, we can finally get out of here. But, there's no handle. It must open automatically after the locks are undone. Maybe that's what it is. A spoken password. Well, doesn't hurt to try. Ahem. Uh, um, open sesame. Error. Unidentified voice. Oh, okay.